hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge planet coaster wow geht er ab hier wo aber ich bin selber begeistert und wir haben ja schon ein paar besucher haben wir schon hier unser geld geht jetzt auch in plus so langsam und wie ich hier sehe ist gerade sehr viel los in ein fahrgeschäft sehr nice und er geht auch wieder runter okay wir wollen auf jeden fall ein bisschen hier weitermachen wir wollen vielleicht ich weiß nicht ob wir schon mal der nächste fahrgeschäft machen können 900 oder nur noch ein bisschen warten was kostet wow das kostet viel zu viel wild blue das ist das wild blue haben wir auf jeden fall dann würde ich sagen haben wir dann zunächst als das hier dann ja also wir brauchen auf jeden fall brauchen wir auf jeden fall mehr geld ich würde auch sagen es es liegt auch hier gerade sehr viel müll hier rum und wir müssen mal hier mal gucken was die benachrichtigung uns zu sagen hat zusammenfassung zum monatsende monats profit okay da können wir unsere profit einsehen und sowas gewinnen haben im moment ziemlich minus ich weiß weil wir auch den park erst eröffnet haben was ist da noch zusammenfassung zum monatsende okay herausforderung verfügbar bauern achterbahn mindestens 3.0 spaß okay auf jeden fall sehr cool ich will jetzt erst mal ein paar mühleimer und sowas machen weil es geht ja nicht dass die hier uns alles zumüllen es geht überhaupt nicht so deswegen würde ich gerne ja machen wir erst mal hier ein paar mühleimer hin das können wir nicht oder was können wir doch aber wir haben wieder minus ja wieder minus ach du scheiße werden wir hier minus ja dann müssen wir uns bisschen die preise anpassen tut mir leid da müssen wir die preise anpassen da machen wir zum beispiel machen wir mal sechs machen wir alles auf sechs ne das ist viel zu viel sechs da machen wir auch auf sechs extras machen ein bisschen etwas fundus stückchen da können wir noch ein bisschen das extra so zu machen ice cream können wir auch machen ok gut dann haben wir erst mal die extras können erstmal wir brauchen erstmal kohle und wie sieht es aus jetzt machen wir wieder ein bisschen plus ja wenn wir die preise ein bisschen angehoben haben aber jetzt sind wir wieder auch wieder minus ok jetzt müssen wir hier wahrscheinlich 12 dann machen wir 13 da machen wir 10 und das war es so extra ketchup extra ein bisschen etwas etwas so und da gibt es senf ist geöffnet 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 so aber wir müssen hier tagestor verkaufte tickets im letzten monat und standard oder die das geht ja gar nicht dass hier die umsonst hier rein können dann machen wir einfach 15 draus familien machen wir ein bisschen günstiger da machen wir 10 raus 15 und 10 15 und 10 ah das tut mit übernehmen sehr cool ok jetzt müssen wir irgendwie mit diesen kleinen mitteln was wir haben müssen jetzt irgendwie profit machen wir sind immer noch im minus gibt es doch nicht oder sind wieder ein plus ist immer wieder ein minus das ist da noch im park sind viel mit dem mund herum sorge dafür dass genug mülltonnen gibt ja ja ich weiß werden wir natürlich erst nach und nach abarbeiten können aber wir haben noch immer noch das geld problem darum müssen wir jetzt erst nochmal kümmern dann würde ich sagen hier 16 machen wir 11 12 heißt solche solchen warum wollen die nicht zu teuer oder was warum laufen die wieder zurück ist es zu teuer dann warte mal dann müssen wir erstmal so machen 14 immer noch zu teuer oder was die gehen durch ok ok jetzt war glaube ich zu teuer ist immer noch zu teuer hm ok dann müssen wir das wahrscheinlich schon ein bisschen anders anfangen jetzt machen wir hier 12 und Familie machen wir so 9 12 und 9 und und Familien kommen rein ok das passt immer noch nicht so ganz ne Standard Machen wir Familie ein bisschen günstiger und machen so ja noch günstiger geht nicht wir müssen doch irgendwo auch hier ja ich weiß doch viel Müll viel Müll das müssen wir uns auch darum kümmern was kostet so ein Mülleimer Mensch 5 komm schon wir wollen noch ein Mülleimer komm schon wir wollen noch ein Mülleimer ja wir haben einen Mülleimer ja wir haben einen Mülleimer so dann machen wir auch noch einen Mülleimer auf tickt nach oben hm hm wir kommen immer noch nicht hoch das ist total bescheuert ja Toiletten haben wir auch noch nicht Toilettenpreis da machen wir mal hm so 2 Dollar dafür bezahlen und das hier ok hm ja keine Ahnung hier ist kein Action was ist denn hier los wo sind die ganzen Besucher was sagt unser Benachrichter redflyer ein technisches Problem oh 9 was ist denn jetzt da Inspektion alle 30 Minuten alle 20 Minuten wir haben auch kein Dings gell wir haben hier auch kein Personal so jetzt kümmert er sich da drum ah ok wir sind voll im Minus ich weiß nicht ob wir das irgendwie noch irgendwie hinbekommen däten so ok Fahrgeschäft ansehen es ist wieder ähm es ist wieder ok sehr schön da kaufen wir noch welche was nice ist also nicht so einfach ist wirklich nicht so einfach ähm ihr seht jetzt sind wir grad so viel in Geldprobleme drin aber wenn wir irgendwo müssen wir irgendwo was anpassen Familien gehen auf jeden Fall nicht immer rein ok die hm da müssen wir verstehen da müssen wir das ich wollte immer noch günstiger haben ne so und ist immer noch zu teuer so vielleicht na gehen rein ok ah ok darf echt nicht so teuer machen unser Park ist auch voll zugemüllt deswegen nehm ich da auch nochmal hier so ein so der macht schön sauber und dann passt das alles ja mach schön den Mühleimer sauber jawoll sehr schön so wir sind aber immer noch im Minus wir müssen dann noch ein bisschen was jo dann machen wir natürlich hier ein paar die Getränke noch ein bisschen teuer so nicht viel anheben da werden wir natürlich auch nochmal ein bisschen was anheben so so immer 50 da müssen wir nämlich immer vorsichtig immer anheben das sollte ja auch gekauft werden ne so so und wie ist so das haben wir auf jeden Fall schon mal viele Gäste sind sehr unzufrieden warum sind die unzufrieden warum sind die unzufrieden so wollen wir mal gucken Gäste ok Erwachsenengruppe zufrieden Toiletten gibt's ja Durst der ist nicht zufrieden was ist denn da los zufrieden durchschnittliche Gästebedürfnis ach das ist nur durchschnittliche weil die Toiletten so hm ich weiß es nicht oh was ist denn da los wir brauchen ein bisschen mehr cool oder was ist was können wir da irgendwas machen dass wir da ein bisschen mehr was machen können Darling ähm fügen einen neuen Darling hinzu ähm Darling wär gut ne aber ich weiß nicht ob wir das machen sollen äh Telegram Ticketpreise geöffnet geschlossen Standard aha ok Premium Infosstand werden benötigt um ein Premium-Pass Ticket zu kaufen mach's mal Besucherzeit das machen wir unbegrenzt natürlich Meeting Aha Matinging starten ein Pain-Protest oh kostet auch Geld kostet insgesamt 1.000 5.000 ist irgendwas günstigeres ne nicht automatisch erneuern nein das wollen wir nicht aber ja vielleicht kriegen wir das Geld da zusammen ich weiß echt nicht so Gäste was sagt ihr Gäste was wollt ihr noch haben äh Toiletten ähm Gedanken so viel bezahle ich für Redfly nicht ich habe schon jede Menge für den Eintritt ausgegeben okay ich wünsche hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte ok ich habe nicht gutes Geld um ein Hotdog-Sex zu besuchen ok also die wollen da müssen wir den Redfly noch ein bisschen anfassen ja seht ihr da ist schon das Problem ähm da müssen wir nochmal gucken also so viel bezahlt er nicht dann machen wir dass das natürlich ein bisschen günstiger ist dann machen wir alles mit 5 würde ich sagen so und die wollen immer noch nicht da rein ok jetzt weiß ich auch woran es liegt die wollen nicht bezahlen und ist doch super günstig kommt rein es ist super günstig hier so jetzt wollen sie alle da rein sehr gut ähm ich muss es doch ein bisschen runter machen so so machen wir hier auch noch ein bisschen runter so da tun wir für Benutzung 1 Dollar ist doch ok so was sagt unser Kontostand ist immer noch ein bisschen zu hoch hm auf jeden Fall kommen jetzt mehrere Besucher rein oder ja es ist um 91 das Problem haben wir noch nicht in den Griff wir müssen es irgendwie noch in den Griff bekommen vielleicht müssen wir uns ein Darling annehmen ein Meeting anziehen fertig jetzt gucken wir mal ob ein paar mehr reinkommen oh es sind ein paar mehr reingekommen jetzt hoffe ich doch dass es jetzt eigentlich mal ein bisschen wir brauchen unbedingt ein neues Fahrgeschäft oder sowas dass die Leute ein bisschen mehr anzieht oh ja wir sind es ist halt ein bisschen ja es ist halt ja wir haben halt im Moment sind wir halt wirklich ziemlich Minimum es geht gleich wieder weg Monateprofit wir kommen immer wieder ins Minus hm ich weiß auch nicht wo man da noch ein bisschen was anheben soll aber wenn man es zu sehr anhebt dann ist es natürlich auch wieder blöd um natürlich äh keine Besucher mehr zu kriegen jetzt haben wir zum Beispiel wieder nur 95 da das ist irgendwie naja wir brauchen mehr wir brauchen irgendwie mehr Fahrgeschäft vielleicht sollen wir uns vielleicht in der nächsten Folge mal darum kümmern dass wir vielleicht eine Forschung starten Forschung starten ok Schienenfahrzeuge äh das brauchst du natürlich schon auch nochmal guck mal wie teuer das ist das ist ja super teuer das können wir auf gar keinen Fall machen dass wir vielleicht ähm ein Darling machen das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen denke ich genau wenn euch die Folge gefallen hat würde ich mich freuen ähm wenn ihr eine Bewertung da lässt und vielleicht noch ein Abo zum mitnehmen ähm ja dann sehen wir uns die nächste Folge wieder macht's gut bis dahin und ciao